Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Rim World. So, für mich ist es lange her. Für euch gab es eine kurze Pause, soweit ich mich entsinne. Wir sind ein paar Videos ausgegangen und ich habe meinen Notfallvorrat anbrechen müssen. Aber gut, den habe ich auch wieder sauber gemacht. Und ja, den werdet ihr jetzt wahrscheinlich dann genossen haben in der Zeit. Ich hoffe, eure Weihnachten und Silvester war gut. Bei mir sind sie jetzt auch vorbei. Also, bei euch müssten sie jetzt schon länger gut sein. Es ist gerade 6. Januar, wie ich das aufnehme. Also schon eine Ecke weg. Also, ja, ich hoffe, dass jetzt wir, nachdem wir jetzt auch wir beide hier im neuen Jahr angekommen sind, dass da auch alles gut läuft. Wir sehen auch schon, wir haben unser erstes Rauchblatt geerntet. Wie geil ist das denn? Super. Gut, aber ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten, die es noch zu erledigen gilt. Und zwar, wir haben ja momentan ein Problem, weil uns eine gewisse Form an, ich sage jetzt mal, komprimierten Werkzeugen ausgeht. Beziehungsweise Werkzeuge oder Bauteile im Allgemeinen. Und da müssten wir jetzt Abhilfe schaffen. So, und dann müssten wir dafür natürlich auch die Wände einschlagen. Naja, gut. Was ich jetzt hier so in nächster Zeit vorhabe, ist erst einmal Zeug verkaufen. Und, ähm, Zeug verkaufen, allgemein Zeug von A nach B bringen und die Leute ausrüsten. Das ist ziemlich wichtig. Und wir haben hier ein orbitales Flugfeuer. Das werden wir auch hier dann nutzen. Hier, so ungefähr. Weil wir brauchen, nun ja, Communication. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir jetzt machen, der Kommando-Zensor, der Funkanlage. Die ist ja auch noch, oh, teuer. Und wir wollten ja das hier noch erweitern. Dazu bräuchten wir aber natürlich die passenden Steine oder bräuchten überhaupt Steinwände wieder mal. Das ist natürlich so ein Ding, ne? Aber ich glaube, den passenden Stein haben wir gar nicht. Ich glaube, wir haben nur Kalk. Wir sind alle verkalkt. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Und darum müssten wir jetzt mal was gucken. Wir gucken erst mal in die Produktion. Dann haben wir einen Scharteienmetz. Der geht nicht, weil da was im Wege steigt. So dürfte er stehen. Ich verwinkel und verräumel das hier komplett. Das ist, ja, ich habe es so letztlich gefühlt. Ich verräume hier alles komplett. Gut, aber dann haben wir den auch schon mal im Plan. Wie viel kostet der an Werkzeug? Äh, gar nichts. Der kostet einen Stahl. Gut, das ist gut. Gut, 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 gut. Wir hätten hier auch Granit, was natürlich etwas ist, was wir hier bräuchten. Dann reißen. Wählen wir mal das hier alles aus. Reißen das mal ein. Und das hier wird dann unsere neue Krankenstation. Ja, dann müsste ich mir natürlich jetzt überlegen. Mechanikbank haben wir. Mechanoiden. Schusssichere Westen. Die EMP-Granaten haben sie ja leider etwas verdezimiert. Schade. Was ich aber gerne hätte, wäre eine Schrotflinte. Oder gucken wir uns erst einmal die Gänzen an. Erzeugnisse eine Schrotflinte. Stellt Schrotflinte her. Ja, ich hätte gerne Schrotflinte zum Auswählen. Also ich möchte nicht in den Vorgang informiert werden, sondern über das Resultat. Kann man das hier irgendwie? Nö. Okay, ist doof. Haben wir irgendwie. Ich glaube, wir haben keine Schrotflinten. Wir haben Repetiere und Revolver, ne? Ja. Bestohlen. Ja gut, dann bauen wir mindestens mal eine Schrotflinte. Ist auch in Ordnung. Die Kompanie geht ins Bett. Ist auch in Ordnung. Mi humpelt immer oder so daher. Die braucht unbedingt nur ein Holzbein. Das ist einfach ein wichtiger Grund, warum das hier noch sein muss. Ähm. Schatron. Behandlung benötigt. Ah, genau. Wie sieht es eigentlich mit euren Gesundheit aus? Also ich habe jetzt, wie gesagt, Linge nicht mehr. Herr Schapilt. Asthma. Okay. Die ganze Wurmgeschichte haben wir durch, ne? Ja. Nur noch Asthma. Gut, dann. Unser. Äh. Welcher ist eigentlich der allerbeste Asthma? Genau. Ich müsste auch noch Tiere nachgucken. Unser allerbester müsste, heißt Phoenix sein, ne? Und ist auch mit Tieren gut. Das heißt, du könntest. Es wurde ja vorgeschlagen. Nicht einmal, also in für mich Echtzeit. Äh. Wurde nicht mal vor einer halben Stunde vorgeschlagen. Hier diese Muffalos, äh, mal zu zähmen. Und dass das doch recht einfache Tiere sei, zu zähmen. Dann würde ich mal sagen, tun wir das auch. Und zähmen die mal. 0,3% Chance. Punkt 3% Chance ist nicht viel. Insgesamt. Aber gut, es sind bloß drei. Es scheint überschaubar zu sein. Von dem, von der Machbarkeit. Ähm. Heißt Phoenix, darfst du ihn mal kurz behandeln? Bevor du, bevor du dich jetzt hier zu tief ins Bettchen legst. Gut, passt. Dann ist das behandelt. Mhm. Ja, gut. Äh, was haben wir hier? Flüchtling gejagt bei Stuh... Äh, Sumpfkrautfelder. Mhm. Ein... Ein Kräutersammler namens Kuh-Hei-Howel. Kuh-Hei. Nennen wir dich Hai. Ähm. Kontratiert sich aus der Nähe. Es wird von... Er wird von Piraten... Er wird von Piraten und der Fraktion Ruhelosigkeitsarmee. Die Ruhelosigkeitsarmee. Die Ruhelose Armee. Sagen wir mal. Gejagt. Er flieht, äh, er flieht um Hilfe und bietet an, der Kolonie beizutreten. Biologisch ist dein Alter 25, aber sei gewarnt. Wenn du annimmst, wirst du in hinterher... hinterher laufenden Piraten kämpfen müssen. Ja, bieten wir mal Sicherheit. Schauen wir mal, was bist du für einer, Komrade. Naja. Na doch, also... Also er hat keine Skills, die wirklich von Interesse sind, aber seine Eigenschaften sind gut. Mit denen kann man arbeiten. Ja, doch. Bist ein guter... Bist ein guter Handwerker. Gut, dann... Ich würde massagen... Holen wir mal die Kompanie beinand. Und retten den guten Herren. Der wird jetzt wahrscheinlich hier irgendwo rausgehen wollen, ne? Oder geht der den langen Weg drumherum? Ne, doch nicht. Okay, schauen wir uns das mal an, was wir da haben. Revolver, Maschinenpistolen, Knüppeln und Maschinenpistolen. Das ist nicht wenig. Das ist gelinnig gesprochen nicht wenig. Kriegen wir aber hin. Hoffentlich. Gut. Du krallst dir als erstes mal einen Kurzbogen. Feuerwehrmann... Wir haben keine Waffen mehr, ne? Ne, das ist alles, was wir an Bewaffnung haben. Gut, dann würde ich sagen... Wo ist die beste Art und Weise, hier jetzt dagegen anzustinken? Bis wir hier angekommen sind... Bis wir hier angekommen sind, sind die schon hier. Können aber schon denen schon mal entgegentreten. Könnten hier unten sein und könnten dann da hochschießen. Gut, passt. Ähm... Du kannst hier hingehen. Breed, du stehst hier ganz gut. Du hier. Und Player, du musst natürlich den Granatenmichel spielen. Gut, du bist nicht in Reichweite. Nahkampfangriff. Die sind erlaubt. Mhm. Wirf. Komm schon. Ah, das wäre so schön gewesen. Okay, dann musst du ein bisschen näher ran. Okay, das sieht nicht gut aus. Ähm... Mi, du rettest mal den Kollegen. Während unser Neuer sich hier mal die Splittergranaten krallt. Mhm. Ähm... Was können wir hier noch machen? Okay, die gehen jetzt hier durch das Wasser. Das ist natürlich ideal. Für uns. Perfekt. Wir haben alle hingekriegt. Aber wir haben auch einige, die das überlebt haben. Hübsch, Kunst und ein Kämpfer. Einfach Arbeit, fürsorglich geistige Arbeit, kochen. Hübsch. Prothesen begeistert. Persimist. Äh, ist nicht ganz so pralle, aber... Dich können wir gebrauchen. Fangen. Und du... Holzbein. Haha. Oh Mann. Was haben wir dich? Du bist ein Charakter der Tiere. Lahme Ente. Psychisch abgestumpft. Rauschmittel interessiert. Du wärst natürlich ein idealer Kämpfer. Wir haben aber, glaube ich, auch kein... Fett mehr dafür, gell? Nee. Okay, dann nehmen wir das mal. Deinstallieren... Neu installieren bei. Nehmen wir das mal hier. Okay, du hast... Das ist soweit. Mi holst dich gerade, die Kollegen. Dann würde ich sagen... Retten wir auch mal die Waffen. Die sind nämlich absolut relevant für uns. So. Und die ich müssen auch freigeben, damit wir... Die Leute hier auf jeden Fall schon mal sichern können. Ähm... Mh, 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 mh. Mh... Alles samt kein direktes Problem, oder? Und... Was... Was? Die schießt mal um. Bam. Da brauchen wir... Da machen wir gar kein großes... großes Tarado rum. So. So. Dann hätten wir den einen Kollegen schon mal gefangen. Du darfst wieder normal rumlaufen. Eisdfenix, wie sieht's bei dir aus? Ist einfache Mahlzeit. Mir wär's fast lieber, wenn ihr dafür sorgen würdet, dass ihr mal wieder gesund werdet. Aber gut. Sie isst es erstmal. Okay. Wer sieht am schlimmsten aus? 13 Stunden. Wow. 4 Stunden. Du musst dich unbedingt behandeln lassen. Ähm... Mir hat kein Schaden. Nur um 8 Stunden. Takeru... Takeru und... Phoenix haben's am... Ersten erwischt. Eigentlich gerade die zwei Ärzte. Nein. Das ist... Aber das ist... Echt geil. Okay. Ähm... Dann wäre es sinnvoll... Wenn du dir erst einmal hier ins Krankenbett nimmst. Und ihr dann euch mal abwechselt. Ja. Ich sag's doch. Renten. Krankheit. Wundinfektion. Äh... Ist nicht geil. Kriegen wir aber hin. Ähm... Okay. Wer kann noch gut Arzt sein? Ähm... Charakteraufmassen. Medizin. Ja, das haben wir. Dich haben wir schon. Du hast überhaupt keine medizinischen Fähigkeiten. Feuerwehrmann kann ein bisschen. Du... Was sollst du machen? Jetzt erst einmal hier auch allgemein ein paar Betten. Frei. Mhm. Geht erst einmal den Großteil der Kolonie. Schlafen bis vollständig geheilt. So. Und... Fried. Hm? Feuerwehrmann. Du kümmerst dich mal um Holzbein. Moment. Du sollst nicht das... Du sollst nicht das Bett benutzen, sondern du sollst Holzbein heilen. Dafür ist nicht verstanden. Nicht verletzt. Eine Handlung an Holzbein. Okay. Jo. Ach, Mensch. Brieh das ab. Retten. Okay. Ähm. Wie viele Stunden hast du noch? Fünf. Kriegen wir das noch schnell hin? Ähm. Gut. Dann macht er das auch schon. Phönix ist behandelt. Das heißt, wir können... Äh. Kann nicht laufen. Verdammt. Verdammt. Dann wird jetzt halt eine nur ein bisschen mäßig behandelt. Okay. Das ist soweit gefixt. Du bist soweit gefixt. Okay. Und die anderen laufen soweit. Das ist gut. Die Waffen kommen wieder zurück. So. Die ist schon eingelagert. Sehr gut. Hier ist auch alles in Ordnung. Passt. Okay. Wir haben es halbwegs hin gekriegt. Nichts ist, äh, soweit jetzt im Arsch, dass sie... Das Tod imminent ist. Wir müssen uns hier um die Leichen kümmern. So. Wir haben zwar ein oder andere Wundinfektion, was nicht so geil ist, aber... Hm. Kriegen wir hin. So. Die machen wir wieder frei. Und die anderen Betten werden dann auch währenddessen belegt. Hm. Midori. Was schauen wir hier? Was haben wir denn hier an? Weiblich. Ähm. Ja, das ist sowas in Ordnung. Ja. Wir haben ja, ähm... Little Sis dazu bekommen. Als Anwerber. Und da würde ich mal sagen, Midori, äh, bauen wir um zu Little Sis. Sie hat sich gewünscht, ein Handwerker zu sein. Ist okay. Haben wir sogar. Kunst. Sehr gut sogar. Das trifft sogar sehr gut. Fernkampf trifft auch sehr gut. Äh, Medizin. Verweigert ist er jetzt Person. Aber... Hm. Ich glaube, einen besseren Match kriegen wir einen zufälligen nicht. Und sie ist weiblich. Das ist... Dann wird Midori zu Little Sis. Wir müssen noch warten, bis jemand kommt, der Tumlu ersetzen kann. Aber gut, müssen wir noch schauen. Nase abgerissen. Echtes... Echtes Ohr abgerissen. Wir haben eine Wundinfektion. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Äh, was machst du jetzt hier? Du willst jetzt schlafen gehen. Du behandelst eher die Wundinfektion von Player. Sieht's bei dir aus? Hm. Wir haben eine schwere... Oh, 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 oh. Du kriegst mal was Besseres. Hoffen wir, dass Phönix dann bald wieder auf die Beine ist und dann Mittelfinger abgeschossen. Das ist nicht gut. Wieso... Wieso läufst du in der Gegend herum? Du bist nicht gesund. Schlafen bist vollständig geheilt. So. Mensch, das ist mal ja. Dass die sich darum bitten lassen müssen, wieder gesund zu werden. Man möchte ja meinen, dass das doch einfacher geht, oder? Na gut. Äh, wir haben auf jeden Fall den Neuzukömmling. Das ist ganz gut so. Was, was... Wir haben ja... Ähm... Wir haben ja auch noch Tumlu. Das heißt also, dann wird das hier Tumlu. So. Dann ist das hier unser neuer Tumlu. Das dürfte auch gut passen. Machen wir das so gleich. Dann... Dann mausern wir da gar nicht dran herum. Sondern... Ja. Machen wir es gleich straight up. So, dann habe ich jetzt auch alle von den Leuten, die sich gemeldet haben, dabei zu sein. Auch tatsächlich dabei. Hat er gebraucht, ne? Gut. Wie sieht es bei dir aus mit deiner Immunität? Gut, passt aber soweit. Halbwegs beinand. Blutverlust ist hier extrem bei ihr. Oder ihm. Was ich auch immer referenziere. Vollkommen irrelevant. Ich darf alles beides sagen. In dem Fall. Okay. Ähm... Wie wäre es, wenn du anstatt zu pokern, was du ja gerne tust... Ah, du bist schon mal ganz gut dabei. Ähm... Weil du den Herd nachholst. Ich weiß, ich unterbreche dich da gerade in deiner Freude. Aber... Ne, das muss jetzt... Das muss jetzt wichtig sein. Mi rammt dabei auf. Das ist sehr gut. Die anderen scheinen langsam wieder dabei zu sein. Und die Arbeit geht voran wie gewohnt. Sehr schön. So. Dann ist das auch geklärt. Passt. Wie sieht es mit Holzbein aus? Holzbein, bist du diesmal gesund geblieben? Du bist als einziger in der ganzen Siedlung unversehrt. Tja. Beim Player fehlt die Nase und das Ohr. Bei Phoenix fehlt der Mittelfinger. Schlechtes Aktien, ne? Ähm... Du bist unversehrt. Mi hat ein Bein verloren. Mi hat ein Bein verloren. Ähm... Genau. Takeru ist auch noch unverletzt. Also er hat bis auf Astmon den ganzen Genüsse. Aber er hat noch seine Körperteile beieinander. Fred hat seinen kleinen Finger verloren. Feuermann ist... Ah, okay. Feuermann ist auch noch unverletzt. Klar, die beiden sind neu. Also... Jetzt bist du nicht mehr ganz der einzige Unversehrte. Ah, Mann. Na, herrlich. Okay. Dann haben wir das aber auch eben beieinander. Tum... Oder ne? Sag mal erst mal... Mach mal erst mal Holzbein. Ähm... Du machst erst mal hier die Wand. Wie wär's damit? Weil das ist nämlich relativ wichtig. Ich möchte nämlich, dass das hier langsam dichter wird. So. So. Dann haben wir das hier abgeschlossen. Dann können die jetzt nur noch außenrum. Es sei denn, sie sprengen sich durch. Okay, Feuerwehrmann. Wie sieht's eigentlich aus? Was machst du da eigentlich gerade? Handwerk. Gut, das ist in Ordnung. Du bist nicht allzu schlecht. Auch wenn's nicht unbedingt ideal ist. Aber gut. Waffe ist Waffe. Mhm. Ich würde sagen, ich setze am besten dann mal Tumlu am Steintisch hin. Nicht am Schlachter, sondern hier an dem dann. Einen Steinmetztisch. Um dann eben Steinen zu bauen. Also zu Blöcke zu bauen. Aufgabe Schroffindes ist Vorratkrebs. Was haben wir hier bei uns? Bierwurzel. Auch in Ordnung. Und da hat's ein Waschbär mitgenommen. Auch gut. Okay. So, aber dann würde ich mal sagen, beende ich mal den Part für diesen Tag. Oder beende ich das heute mal für diesen Part. So rum. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten. Für die Gott.